Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Frontschweine. Hi. Mit mir und mit Lady, also mit mir schwarz und mit Lady, meiner Freundin. Da sie wieder verloren hat, darf sie wieder aussuchen. Sie nimmt das Level Kühlschrank. Wieder mit unseren altbewährten Teams. Ja, und es steht 2 zu 1. Das heißt, wenn ich noch einmal gewinne, muss ich etwas ganz Lustiges machen. So. Gell, Schatz? Jo. 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 Okay, dann sollte das jetzt hoffentlich bald laden, geladet haben, geladet werden. Fangen an. Ich fange an. Das gefällt mir, das gefällt mir, das finde ich schön. Ich bin jetzt geordnet. Ich habe das Post mal jetzt geordnet. Und ein gelber. Du bist nicht gelb. So viel habe ich schon gelernt. Ich weiß, dass du nicht gelb bist. Okay. Und. Und er fliegt. Ja, und er rutscht. Bibi Boy, du bist dran. Ja, cool. Kiste. Toll. Schwein. Nein. Selber Schwein. Du schießt ihr daneben. Ich weiß. Okay. Und. Ja, das ist nicht gelb. Au. Juhu. Böses Mädchen. Volltreffer. Ja, freu dich. Ja. Ah nein, das ist mit Geschützen. Oh, okay. Okay, dann schnappt sich jetzt wahrscheinlich ein Geschütz. Okay. Was? Das durfte ich nicht. Oh, halt. Ja, halt, halt. Nein. Doch. Nein. Genau, genau auf den. Genau, ja, perfekt. Ich lebe immer noch. Ja, aber mit, keine Ahnung. Fünf. Mit fünf Lebenspunkten, genau. Schwarz. Jetzt gibt's auf der Ome. Jetzt gibt's auf der Ome. So. Ich hole mir einen Raketenwerfer. Und ich hole mir Leben. Und ich hole mir ich hole mir eine Kiste. Eine Kiste. Mit einem MG. Mit einem Metal Gear. Das ist der Computer, denke ich. Ich hoffe, ich will nicht. So sieht's aus. Bang. Bitte schön, du bist man. Danke, ich hatte. Bitte, Schottschie. Hab dich lieb. Ich auch. Nein, das hast du nicht gesehen. Guck woanders, nein, guck woanders bin. Du böses Mädchen. Wer ist so blöd zum Einsamen. Ja. Oh, ich esse Tombo. Böses Fell. Ja. Böses Mädchen. Äh, Matze, geh mir mal was zu trinken. Danke. Das willst du nicht tun. Ich was soll dir denn vor? Äh. Das ist. Das ist nicht toll. Wow, 28. Komm, komm, komm. Nein, nein. Nein. Glück gehabt. Du bist du nicht gefallen. Ich mein, ich lasse dich. Du zockst es im letzten Eck. Wie geil, du kommst nicht mehr raus. Und ich hab dich noch nicht einmal angegriffen. Das ist cool. Das gefällt mir. So. Ja, Kiste. Kiste, Kiste. Ein Medizinball. Ich rutsche. Nein, 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 nein. Doch, doch, doch. Nein, nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Doch. Nein, doch. Nein, doch. Nein. Ja. Renn. Renn da rein. So, hoffentlich treffe ich. Ich werfe. Na, ich hätte drücken sollen. Nein, ich hab dich geheilt. Ne, den Gegner. Verdammt. Ja, er sagt. Oh, was macht sie jetzt? So ganz allein in der Ecke. Komm schon, du. Tu irgendwas. Ah, ich krieg die Pfanne nicht auf. Steuerung, sei nicht so doof zu mir. Ach, gib doch gleich auf. Nein. Oh. Ja, vielleicht nochmal neu zielen. Wär vielleicht geschickt. Oder ins Minenfeld rutschen. Fände ich auch lustig. Ja. Nein. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Und du bist weg. Bäääää. Schön. Ja. Okay. Du weißt schon, dass das bei YouTube veröffentlicht wird. Ja. Und das dich von der ganzen Welt lächerlich macht. Ja. Und du bist verrückt. Na und? Und so. Und sexy. Ja, das ja. Aua. Das war mein Kopf. Eisbeine. Macht euch bereit. Ja, das muss sein. Äh. Ja. 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 Und rein mit dir. Leichte Granate, Minenleger, Festgranate, Grillgranate. Ja. 400 Kilo Granate. Nein. Ja. Nein. Doch. Bitteschön, du bist dran. Ist das ja cool sein? Nein. Warum? Doch. Puh. Bist du du. Ja. Und du krüppelst. Ich hab zu krüppelst. Ja, ey, weißt du bin ich besser wie du. Nein, ich hab noch alle drei. Du, nur noch alle zwei. Nur noch, ja, alle zwei. Nur noch zwei mit jeweils, einmal hat er fünf Lebenspunkte und einmal elf, glaube ich. Nee, siebzehn. Oh, siebzehn. Wow, das ist so viel mehr. Ich bin so stolz auf dich. Ich weiß. Wow, also, wow. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, genau, lock, genau da rein. HX-Granate. Komm schon, wir krüppeln. Jetpack. Jetpack. Ja, wer steht denn da? Nein, blau. Aber, um jetzt zu sehen, was ich jetzt gleich tun werde, und ich werde das ganz Lustige tun, ja, müsste jetzt dann auf die Videoantwort gehen, denn, ja, das Video ist vorbei. Tut mir leid. Tschüss.